Die Dokumentations-App KEVOX GO lässt Sie Ihre Arbeit schnell, einfach und sicher dokumentieren. Ich bin Tanja von KEVOX, der Nummer 1 Lösung für die digitale Dokumentation. Mit der KEVOX GO App möchten wir die weltbeste Dokumentations-App bereitstellen, die es in den App Stores zu finden gibt. Basierend auf führenden Technologien ersetzt KEVOX GO Klemmbrett, Stift und Zettel in jeder Branche und das ab einem günstigen Preis von einem Euro am Tag. Damit erreichen wir, dass jedes Unternehmen die Möglichkeit hat, durch die digitale Dokumentation zu profitieren. Egal was Sie dokumentieren müssen, KEVOX GO bietet Ihnen die Fähigkeit, unterwegs bequem auf dem Handy zu dokumentieren und auf Knopfdruck wie durch Zauberhand Berichte, Protokolle und Gutachten inklusive der Fotodokumentation zu erstellen. Die App bringt Licht ins Dunkeln und vermeidet unnötige manuelle Arbeiten vollständig. Nutzer der Dokumentations-App sparen 60 bis 80 Prozent Ihrer Dokumentationszeit ein, die Sie nun sinnvoller im Hinblick auf Ihre Kernkompetenz verwenden können. Mit dieser blitzschnellen Art der Dokumentation können auch Sie sich eher auf Ihre Dienstleistung, Ihren Kundenservice oder Ihre Produktverbesserung konzentrieren. Und die Dokumentation entsteht ganz von allein. Eine große Arbeitsersparnis und dahingehend auch Zeitersparnis ergibt sich dadurch, dass Sie direkt vor Ort auf dem Smartphone oder Tablet ein Foto machen und eine Notiz aus Ihren Eintragsvorlagen auswählen. Der Rest passiert dank Dokumentations-App KEVOX GO automatisch. Das fühlt sich ein bisschen an wie Zaubern. Dokumentieren Sie Mängel, Tätigkeiten, Prüfungen, Informationen, Teilnehmer, das Wetter, das Raumklima, Zählerstände, die Zeiterfassung oder Übereinstimmungserklärungen und mehr. Dokumentieren Sie schnell und einfach in Listenform oder verorten Sie Ihre Dokumentation auf einem Plan. Filtern Sie Ihre Fotos, Informationen, Mängel und anderen Einträge und wählen Sie ein Layout aus. Schon entsteht ein fertiger Bericht im PDF-Format, der sofort an Kunden, Dienstleister und die Chefetage oder auch an andere gesendet werden kann. Natürlich kann der Bericht aus der Dokumentations-App heraus auch sofort ausgedruckt werden. Mit KEVOX geht es darum, Ihre Fähigkeit zu verbessern, in kürzester Zeit mehr zu erreichen. Perfekt geeignet für alle, die dokumentieren müssen. Von Verantwortlichen in Branchen wie Sicherheit, Gebäude, TGA, Brandschutz oder Baustellen über Betriebe wie Logistik, Autovermietung, Handwerk und mehr. Nutzen Sie die KEVOX Desktop-App oder laden Sie die Smartphone-App auf iOS oder Android herunter. Selbstverständlich stehen Ihnen alle Funktionen auch offline zur Verfügung. Sie bekommen außerdem Zugang zum Top-Support von KEVOX. Schreiben Sie bei Fragen einfach eine E-Mail an die help-at-kevox.de oder besuchen Sie die für Sie kostenlose Lernplattform, die KEVOX Academy. Zum Start gibt es die App 14 Tage kostenlos, damit Sie die Vorteile der App-Dokumentation ganz für sich entdecken können. Loggen Sie sich jetzt gleich ein unter go.kevox.de oder laden Sie die App im Apple App Store oder Google Play Store. Danke Ihnen und willkommen zu KEVOX GO!